So, willkommen zurück zu ZEI Universum. Wir spielen immer noch im Schöpfermodus. Und ich warte gerade drauf, dass eine Schule fertig wird. Da haben sie noch nicht mal angefangen. Gut, das dauert noch ein bisschen. Nahrung, 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 großes Problem. Bauernhof. Schauen wir mal. Oh, da sind ein paar aus der Schule rausgekommen. Und Bauernhöfe. Einsiedler. Und einer, der keine speziellen Fähigkeiten hat. Da immer schön einteilen. Faul. Perfekt. Da, da, da. Friedhof. Altersschwäche, Altersschwäche. Okay, die sterben echt an Altersschwäche. Keiner verhungert. Da, da, da. Ja. Sieht auch ganz okay aus. Ich will mal wieder zu einer Universität schauen. Hier wurde noch niemand ausgebildet. Lalalala, ihr werdet gute Bauern. Food cured. Geht selber essen. Oh je. Hier. Ist ein Arzt drin. Oh Gott. Ich höre ein Raumschiff. Da, 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 da. Da. Da, da, da. Ein Ingenieur. Ähm, wo lauft ihr grad hin? Habt ihr gehört, da hinten gibt's was zu essen, oder? Oh weh, oh weh. Die Nuggets haben Hunger. Da, 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 da. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Da, da, da. Öl. Da brauchen wir jetzt nicht. Dann pflanzen wir mal ein paar Bäume. Arbeitet eh niemand hier, von daher ist es eigentlich egal. Da, 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 da. Wir brauchen mehr Kinder. In den Hochhäusern möchte niemand leben. Warum nicht? Hier wohnt tierisch viel drin. Hier auch. Das ist doch ein Wohnhaus hier, oder? Moment. Ja. Ist ein Wohnhaus. Hier wohnen auch Leute. Ah, Mann. Wegreisen. Da krieg ich noch ein zweites daneben. Das ist die Wetterstation, die ist nicht so dringend nötig. Und die Wasserpumpfstation auch nicht. Warum passt das hier nicht? Vielleicht hier hinten. Schauen wir mal hier. Ja. Jawoll. Normalerweise könnte ich die Steingebäude wegmachen, aber... Ich hab mich so dran gewöhnt. Moment. Passt nicht. Ja. Gebeute eingeschätzt. Moment. Pause. So viele Gebäude können nicht eingeschätzt sein. Ich hab vielleicht fünf Häuser jetzt weggerissen. Gab es irgendwo einen Brand? Komm, wir lassen laufen. Boah. War vielleicht noch eine Fehlermeldung. Modernes Haus eingeschätzt. So viele moderne Häuser waren das nicht. Egal. Egal, egal. So, Rohnahrung kommt jetzt langsam wieder. So, jetzt die ganzen Gaststätten mal wieder mit Leuten füllen. Das ist doch noch eine. Da und da immer rein mit euch. Taverne. Gott sei Dank. Das fängt sich langsam wieder. Jetzt brauche ich dann nur noch viele Leute, die ich auf die Bauernhöfe stecken kann. Das werden wir hinbekommen. Modernes Haus fertig. Da wohnen auch ein paar Leute gleich drin. Sehr gut. Da hat sich wieder mal jemand verletzt. Pflanzen sind verdorrt. naja. So, war noch Feuer entfacht. Schnell hin. So, und direkt Heilung drauf. Gerettet. so, da braucht jemand Ressourcen. Da schaue ich mal kurz. Ein Essen. Okay, komm. Das geht klar auch. 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 Wenn wir Essens mäßig nicht gut dastehen. Aber eins bekommen wir hin, dass wir euch abgeben können. da, 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 da. Ein bisschen Heilung überall. Überall. Soll Frieden sein. Oh Gott, jetzt geht unsere Bevölkerung wieder runter. Ich vermute, die sterben gerade wieder an Altersschwäche. 470 Hunger. Oh Gott, verhungert. Oh je. Durst. Hunger und Durst. Oh Gott. Was uns das noch passiert. Mist, aber auch. Kurierhütte. Feuer. Feuer bei den Ingenieuren. Heilung, Heilung. Überall Heilung. Ähm. Wir, wir sparen jetzt unsere unsere Arbeits Kräfte. Hm. War da nicht gerade ein Freier? Mist, aber auch. Ja. Schade, die sind verdorrt. War niemand da, um die Pflanzen zu retten. Rohnahrung. So, wie da, um keine Schüler, keine Schüler. Verdammt. Tempel. Tempel, 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 Tu, so, Universität mal schauen, ach, die lernen einfach nichts. So, unsere Bevölkerung geht auch wieder Richtung 400, also weiter abwärts, nicht so schön ist das, Strom haben wir noch, Universität, er holt sich, verdammt, wir werden wohl nie wieder Leute mit akademischem Abschluss bekommen. Soll ich einen Bürgermeister einstellen? Krankenhaus, da brauchen wir jemanden, der ein bisschen was im Kopf hat, bitte bitte bitte. So, 19 Euro Nahrung und es wird langsam wieder Winter. Gibt es noch was zu ernten bei euch? Ich glaube nicht. 13 Grad. Da, da, da. Mehr Schüler brauchen wir. Gibt es hier immer noch einen Aufstand? Wollt ihr in die Schule? Nicht mehr so krass wie am Anfang. Da, Werner. Jawoll, du gehst raus. Wir haben keinen neuen Schade. Pam, pam, pam. Oh, ich sehe gerade. Wir können auch mal die Folge beenden. Wobei, da springe ich noch schnell in den Frühling. So, Heilung noch anmachen und Pause. Dann sage ich mal tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.